Ja, in Amsterdam, ja, rund nördlich von Amsterdam nach oben hieß es weg, du hast jetzt so breitig 40 Kilometer ungefähr so eine Schneekontrolle, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, die kommen, die fliegt zum Norden weg, und wenn du da durch bist, also dann müsste es an sich, warte mal, du fährst da oben rüber, ja gut, du hast jetzt noch so, 50 Kilometer dürfte da noch von begleitet werden, da wird die Schnee zum Norden weg, aber Amsterdam ist, Amsterdam schneidet auch so ein bisschen, aber das zieht mit gleichem Stücke weg, das müsste dann frei sein, ja, noch läuft es ganz gut hier auf der Bahn, also wie gesagt, so langs hier, so weiter läuft das alles gut, was war das Navi, wann seid ihr da? Kurz vor zwei, kurz vor zwei, ja, also wie gesagt, wir sind früh genug, das ist kein Problem, alles klar, tschau, gute Bahn, ja, danke, tschau. Nach 1,7 Kilometern, links halten Richtung Luchthaven Skipol. Rechts halten Richtung Skipol zu Eid. So, halten wir einmal vor, und dann wird es rein. Auf Wiedersehen. So, wollen wir anfangen mit dem Busten? Du bist also unser Quer, ich krammel eben ein und fahre mein Kieser ein. So, soll ich auch entkommen? Wenn du magst, wir haben ja zwei Schicketüle. So, eins. So, muss ich schon zumachen jetzt? So. So, muss ich jetzt auch wieder... So. So, jetzt ist das Aufrufe. So, jetzt ist das Aufrufe, jetzt mal rein. Möchtlich, fast vorne. So, jetzt... Nach 550 Metern links abbiegen in den Postduivweg, dann rechts abbiegen. Nach 500 Metern links abbiegen in den Postduivweg, dann rechts abbiegen. So, wir sind gestartet, geschätzte Ankunft in drei Stunden. Also 20.06 ungefähr. 20.06. Dann sage ich Ihnen Bescheid. Ne? Alles klar, Kai kommt gut hin. Alles klar. Ciao. 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 Jetzt machen wir erst mal Pipi. Alle Mann. Jetzt wird sehr lange rum. Wie heißt der mit den langen Ohren noch? das ist okay. Das ist okay. Okay. Gut bist du ja gut. Das ist ja gut. Ja und das ist hier. Mein Schatz. Hallo. Alles so süße. Süße Kluge! Ganz klar. Wir lassen sie erst mal lösen. Ja? Genau. Frau Kuberfüller. Ja, das ist auch wieder nach hinten. Ja, sag mal ein Augen. Der muss da jetzt mein Augen. Ja, was denn? Wir sorgen mal ab, unser Schack. Ja, da wird die Gasflasche gekühlt. Die ganze Tage wird gar nicht auf. Nein. Was bist du denn für ein Gasflasche? Was bist du denn? Was bist du denn für ein Kasflasche? Das ist ja der Springer hier. Känguru, glaube ich. Was bist du denn für ein Kasflasche? Oh, da hat aber ... Oh, da hat der Bobby Hunger. Oh, jetzt aber jetzt. Jetzt geht's aber auch was. Ja. So, komm her. Haben die alle Hunger. Alles klar. Pass auf. Nun, die müssen jetzt erst mal lernen, dass es hier was zu essen. Das ist jetzt hier. Ja, ja. Oh, das ist das gut. Ja. So, hier. Ich hab's noch nicht. Ja. So, hier. Ja? So. Das sind ... Ich sag ihn mal. Ja, das bist du. Ja. 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 Du bist ja ... Hey, kein Futter, nein. Es gibt genug. Ja. Es gibt genug. Es gibt genug. Es gibt genug. Oder macht einer ein Räufchen? Ja. Lass mal. Lass mal ein Räufchen machen. Die haben gar nicht schön gestiegen. Ja, die haben alle schmacht. Ja. Ja, die haben alle schmacht. Kriegt ja auch alle was. Aber die sollten nicht zu viel kriegen. Nein. Das landen nachher im Auto, ne? Ja. Vorher kannst du sie noch mal wiederverwenden. Genau. Ja, das hatten wir letztes Mal schon. Hat nicht gut geschmeckt. Ne? Nein. Habt ihr denn was gegessen? Habt ihr denn was gegessen? Ja, Kaffee. Kaffee gegessen? Kaffee gegessen. Kaffee gegessen. Vom Lecker, oder wie? Ja, aber gut. Vom Meckes. Ich hatte keinen Bock mehr danach, um irgendwie anzuhalten. Ich wollte einfach nur noch so. Ja. Upsa. Was kostet du denn? Mach auf schon. Jetzt er. Oh. Er muss auch Grinstein setzen. Juhu. 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 Hier, einer hat aber vorbildlich hier aufs Tuch gekackt. Hat da auch einer. Guck mal hinten. Ja, das ist ja mal. Wo ist die gelbe Schale? Ja, voll. Wie voll? Juhu. 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 Hier sieht man's, holfer Scheiße gebaut hier. Ja, genau. Juhu. 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 Die wollen wir ein Foto machen. Also wer Tolle ist. Sie auch. Sie auch. Sie auch. Juhu. Er muss doch mal Würstchen legen. Nein? Ja, da eben schon. Ja. Sein Bruderchen geht nicht. Für mich nicht? Für mich nicht. Ja, war einfach um ganzes Chance. Ja, willst du mit mir? Hier ist ein Brüderchen, die weiß wohl, ne? Ich glaube, das ist ja schon noch. Ja, das müssen wir noch ein bisschen hier noch sehen, denke ich mal. Das ist ja nicht. Ja, echt. Ja, na, 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 na. Komm mal her. Komm mal her. Ja, komm mal her. Der Wolfgang, dem legen wir das jetzt ganz vor ans Herz, dass der vermittelt wird. Der wird vermittelt, ganz sicher. Du bist nicht ein Klauen, ein ganz toller Klauen. Ja, super, der hat die Dillow-Wichter. Du bist ein ganz toller Klauen, der sitzt und du bist ein ganz toller Zuhause. Ja, will mit. Ja, dein Brüderchen. Will mit. Ja, dein Brüderchen. Ja, dann geht wohl erst noch ein bisschen. Dann bitte, wo du dich zum Bein noch nimmst. Ja. Das geht mir jetzt los. Ja, ne? Ich hab mal Heimweh. Ich bin mal zu deinem. Ja, weil der will immer auch da hin. Gut. So. Aber das sind mal fünf Hunde hier, ne? Ne, sechs Hunde. Ne, fünf? Sechs. Jetzt müssen wir sechs hier haben. Ja, komm mal raus. Ja. Er bin mit dir, ja? Backen. Hier, beiden. Sie bleibt hier. So. Das sehen Sie doch im Film. Oh, stimmt's. Wo ist der? Die krallt sich fest. Die krallt sich sowas von fest. Sie will. Och, Mensch, Baby. Süße. Guck mal, die krallt richtig. Ja, natürlich. Die hat jetzt Schnusebedarf. Einfach Schnusebedarf. Die krallt sich. Vielen Dank.